Willkommen zu einem spannenden nächsten Talk, auf den ich mich persönlich sehr freue. Unsere nächste Speakerin hat sich für ihr Podcast-Projekt der Herausforderung gestellt, einen Podcast mit ihrer Mutter über deren halbes Leben in der DDR aufzuzeichnen. Und wie bringt man also über zehn Stunden Gesprächsmaterial in einen Podcast über die vielen kleinen Alltagsbegebenheiten eines vermeintlich ganz normalen Lebens in der DDR, abseits großer Ausnahmegeschichten über Flucht und Stasi. Unsere Gästin sagt, mit Mut, Mikros, Distanz und Neugier. Sie hat sich also ihre Mutter geschnappt und gesagt, Mensch Mutter, jetzt sag doch mal. Hier ist Katharina Thoms. Ja, vielen Dank für diese nette Einführung. Da ist ja schon das ganz Wichtigste gesagt. Ich habe mit dem Podcast Mensch Mutter eine abgeschlossene Podcast-Serie gemacht. Also es ist kein Format, was irgendwie weiterläuft. Und ich bin, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, im normalen Leben eigentlich Radiojournalistin. Ich will euch heute ein paar Fragen, die ich quasi so in den Raum geworfen habe, deshalb auch beantworten. Also warum mache ich dann eben einen freien Podcast und warum mache ich nicht im Radio? Warum habe ich eben diese Serie daraus gemacht? Und ja, wie habe ich das Ganze überhaupt strukturiert und umgesetzt? Und das Allerwichtigste finde ich, warum habe ich überhaupt über dieses Thema einen Podcast gemacht? Das Leben in der DDR, ein halbes Leben in der DDR. Und das Beste ist eigentlich, ihr hört euch den Trailer an und ihr hört auch einfach mal, wer Mutter ist. Man wusste einfach, man lebt so und wir konnten nicht weg. Also man muss sich arrangieren mit dem System. Was bleibt dann denn übrig? Meine Mutter. Ihr halbes Leben hat sie in der DDR verbracht. Immer gearbeitet, zwei Kinder, alleinerziehend. Ich hätte nie irgendwie was laut gegen Staat oder protestiert oder demonstriert. Nee, dazu war ich zu feige. Mensch Mutter, das ist ziemlich normal, oder? Naja, das dachte ich, bis ich immer mehr andere Mütter kennengelernt habe. In Süddeutschland, im Westen, wo ich jetzt schon lange lebe und gemerkt habe, normal ist anders. Ja, ich würde mit Kindergärtnerin werden. Aber da hat man mir gesagt, also hier mit Kindergärtnerinnen und sozialistische Kinder erziehen, ist ja wohl bei mir denn nicht mehr drin. Also das kann ich mir abschminken. Und dann habe ich das getan, was ich sonst auch meistens in meinem Job als Journalistin tue. Ausfragen, Nachfragen, Zuhören. Anderthalb Jahre lang saßen wir immer mal wieder bei meiner Mutter am Esstisch. Wir mussten Kartoffeln sammeln, um die LPG zu retten. Und wann war dir denn klar, so wenn ich mal groß bin, so will ich hier nicht leben? Schon eigentlich schon immer. Also wenn ich aus der Schule komme, weg. Ja, und hat man damals gleich geheiratet? Ja, schon. Schon wegen einer Wohnung oder so wurde ja geheiratet. Pragmatisch. Kann sie sein. Und naiv. Und brav. Und manchmal knallhart. Das heißt, du hast dir heimlich eine Wohnung gesucht? Ja. Und bin dann heimlich umgezogen. Und dann war ich weg. Aber jetzt, also auch nicht hingeschrieben, hier einen Zettel, tschüss, ich bin weg. Der hat ja dann die Scheidungspapiere gekriegt. War ich jetzt endlich den los, alles super. Ich hatte eine Wohnung, ich hatte Arbeit. Was, was sollte denn noch? Mensch, Mutter. Ein halbes Leben in der DDR. Ein Podcast von Katharina Thoms. Ja, dieser etwas, ein bisschen längere Trailer trotzdem, um einfach euch mal einen Eindruck zu geben, wie das eben klingen kann und wie das eben klingt in diesem Podcast. Die Frage, warum eben erzählen über dieses eine halbe Leben in der DDR? Was nehme ich mir damit raus? Jetzt haben wir ja dieses Jahr 2019, 30 Jahre, 30. Jahrestag, das mal auch falsch, steht an. Und es klingt wahrscheinlich ein bisschen unglaubwürdig, aber ich hatte das wirklich nicht im Hinterkopf, als ich mit dieser Idee angefangen habe. Das war nämlich eben schon 2016, wir haben es ja gerade gehört, anderthalb Jahre lang habe ich diese Gespräche geführt. Und meine Motivation war eher tatsächlich so ein, ja wirklich ein Gefühl, irgendwie ist das Leben meiner Mutter ganz anders als das Leben der Mütter meiner Freunde. Man muss dazu sagen, ich lebe eben in Baden-Württemberg und zwar schon eine ganze Weile. Und das ist mir echt über die Jahre erst so klar geworden. Und immer mehr sind mir diese Unterschiede klar geworden. Und immer mehr ist mir klar geworden, dass darüber eigentlich niemand redet und dass das überhaupt kein Thema ist und dass vieles, was für mich selbstverständlich war, für viele andere Menschen überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich will darüber reden, ich will das erzählen und ich weiß, dass meine Mutter einen Haufen Geschichten hat, die das ganz gut illustrieren lassen. Und ich wollte weg von diesem klassischen DDR-Geschichte Flucht, Stasi, Knast. Das ist ja sozusagen immer das gängige Erzählmuster. Also Alltagsgeschichte. Und wie gesagt, meine Mutter hat, wusste ich ein paar Anekdoten schon, die sie hatte. Vieles habe ich jetzt auch eben erst in den Gesprächen herausgefunden. Zum Beispiel eben auch, ja, wie meine Mutter das empfunden hat, was alle Menschen in der DDR hatten, nämlich Staatsbürgerkundenunterricht, also den politischen Pflichtunterricht über den Sozialismus, den viele ja auch aus dem Podcast von Martin kennen. Dazu auch nochmal ein O-Ton von ihr. Als man dann in die Schule kam, naja, dann war halt, wurde denn da Staatsbürgerkunde unterrichtet. Und dann hat man Ja und Amen gesagt und alles schön brav aufgeschrieben, eine tolle Arbeit geschrieben. Aber ich glaube, dass das wirklich so super alles ist, hat man natürlich nicht irgendwie, man hat ja gesehen, dass das nicht stimmen kann, was die da im Unterricht erzählen, wie toll das ist und alles. Wenn man in den Laden gegangen ist oder was haben wollte oder da musste man entweder gute Kontakte haben oder man hat Pech gehabt. Also man hat ja die Realität gesehen und hat eben auch gesehen, hat eben gehört, was die im Unterricht erzählt haben. Und da konnte sich jeder, der ein bisschen noch mal denken kann, eine Meinung bilden, also was stimmt und was nicht. Naja, dann hat man das einfach so hingenommen. Die sagt, lass die mal erzählen und hat im Unterricht nach dem Mund geredet. Und ansonsten war es halt so. Ja, war halt so, ein bisschen Fatalismus. Warum eben daraus dann eine Podcast-Serie? Erstmal die Frage, warum überhaupt ein Podcast? Eben von mir als Radiojournalistin, ganz klassischer Grund, ich wollte, ich hatte ganz große Lust, das sowieso mal auszuprobieren und habe gedacht und hatte das Gefühl, dass es bei dem Thema perfekt ist, weil ich einfach die Freiheit der Gestaltung habe. Es ist ja auch natürlich eine sehr persönliche Geschichte, wenn man über seine eigene Mutter irgendwas erzählt und hatte das Gefühl, das ist genau richtig, um mich dem Thema zu nähern. Ich hatte keinen zeitlichen Druck, ich musste irgendwie nichts pitchen und verkaufen, auch wenn mir im normalen Leben der Programmdirektor nirgendwo reinredet, aber es wäre natürlich eine Auseinandersetzung mit Redakteuren und Redakteurinnen gewesen. Und da war es mir, hatte ich ein gutes Gefühl zu sagen, ich nähere mich dem einfach mal ganz frei. Ja, und warum eine Serie und keinen Talk, der irgendwie immer weitergeht, sondern eine abgeschlossene siebenteilige Serie? Ich habe gemerkt, wenn ich nicht ganz zielgerichtet mit meiner Mutter ein Interview führen muss, wo ich weiß, das wird dann eins zu eins gesendet, dass wir einfach freier im Reden sind. Meine Mutter ist ja auch gerne mal so nach zwei Sätzen schon fertig mit einer Geschichte, wo man dann auch mal ein bisschen nachhaken muss. Und ja, ich wollte auch die Freiheit haben zu sagen, hey, wenn wir jetzt hier gerade abbiegen vom eigentlichen Thema, was ich mir heute vorgenommen habe für dieses Gespräch, so what, dann machen wir das eben. Und dann kommen vielleicht die viel cooleren Geschichten und Anekdoten, die ich später dann einbauen kann und eben die gestalterische Freiheit auch habe. Ja, und manchmal war es auch einfach ein bisschen konfus. Also jeder, der sich mit Verwandten unterhält, weiß ja, dass bei der Erinnerung manchmal alles ein bisschen durcheinander geht, wenn man sich dann so an einzelne Familienmitglieder erinnert. Und ich dachte mir, das wäre dann irgendwann vielleicht zu verwirrend für euch als Hörerin. Also der Günther war quasi nie bei euch und ihr wusstet das aber schon, als der Hartmann da bei euch wohnt hat oder auch nicht? Nee, wir wussten nichts von ihm. Und dann kam irgendwann ein Brief von Tante, nee, von Tante Linnig, von Liesbeth. Tante Liesbeth da, ja, wir kommen euch besuchen und Günther kommt auch mit. Und Günther und seine Frau. Ja, Günther und seine Kinder waren nicht mit. Nee, aber Alois und Liesbeth und Günther und Steffi. So, und wer ist Günther? Liesbeth und Alois kannten wir, war ihr Bruder. Aber wer ist denn Günther und so? Naja, und dann kamen sie raus, das ist ihr Sohn. Und wir dann, naja, und der Hartmann, als Ehemann, der war auch schon ganz schön. Naja, und Mutti war das natürlich äußerst, aber konnte ja nur nichts mehr machen. Und nun kamen sie. Ja, aber als ihr dann gehört habt, ihr habt irgendwie einen Bruder, dann seid ihr dann nicht aus allen Wolken gefallen? Naja, glaube ich, aber irgendwie war das, naja. Ja, also ihr merkt, diese eigentlich total brisante Geschichte, die hat sie mir dann nochmal anders erzählt, nämlich, dass sie entdeckt hat, hey, ich habe noch einen Bruder und von dem wusste ich gar nichts und der ist schon 14. Und der kam dann eben zum ersten Mal zu Besuch. So, und solche Geschichten meine ich, also den Teil habe ich jetzt nicht im Podcast verwendet, insofern war das jetzt eine Weltpremiere für euch. Genau, also ich wollte eben diese Freiheit haben, weil ich auch gemerkt habe, hey, das bringt uns irgendwie voran und das ist gut und es ist ja auch einfach schön für die Familienchronik, muss man auch mal sagen. Ich war also mehr Sammlerin als Jägerin, Zielgerichtete und ja, und meine Mutter erzählt, wie gesagt, manchmal ein bisschen kompliziert, manchmal hat sie aber auch einfach schöne, perfekte Geschichten und ich wusste, ich kann die einfach einbauen, ich kann da eine Spannung aufbauen. Ich wollte ja eben auch, dass Menschen diesen Podcast hören, der nicht unbedingt was mit diesem Thema eigentlich grundsätzlich zu tun haben. Ich wollte jetzt nicht nur Menschen aus der DDR haben, die sagen, ja, cool, war bei mir auch so, sondern eigentlich vielleicht jüngere Menschen oder Menschen, die sich damit noch nie beschäftigt haben, aber die einfach gerne zuhören. Und es ist auch sehr oft witzig in unseren Gesprächen gewesen, das kann ich so weit, glaube ich, sagen. Und ja, meine Mutter war eben das viele Erzählen auch ehrlich gesagt gar nicht gewöhnt. Die war auch manchmal ein bisschen erschöpft. Was mir wichtig war, ich bin ja so ein bisschen im Spannungsfeld, ich bin die Tochter, aber ich bin auch eine Journalistin und mit beiden Persönlichkeiten bin ich eben da rangegangen. Mir war eben wichtig, nicht nur diese historischen Daten irgendwie abzufrühstücken, sondern eben auch bestimmte Themen, also ja, einfach was wichtig war für die DDR, wie war die Wirtschaft, wie war eben die Gleichberechtigung oder auch nicht die Stellung der Frau, wie war es eben mit Jobs und mit der politischen Einstellung im Alltagsleben. Und ja, ich habe halt einfach dann auch daran gedacht, was könnte denn die Menschen interessieren, was ist noch nicht so oft erzählt worden oder vielleicht auch gar nicht erzählt worden. Und gerade dieses Thema mit der Gleichberechtigung, das ist so etwas, was ich eben irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes mit der Muttermilch aufgesorgen habe, also wie selbstständig man sein kann. Man muss dazu sagen, meine Mutter ist eine Alleinerziehend gewesen, den größten Teil ihres Lebens. Es gab auch zwei Väter und so, also es war alles etwas komplizierter bei uns. Und für mich war das total selbstverständlich und ich wollte das jetzt aber einfach von ihr auch nochmal hören, wie sie das eigentlich selber empfunden hat, diese viel diskutierte Gleichberechtigung der Frau in der DDR. Das interessiert mich jetzt schon nochmal, warum meinst du, war das damals für dich oder überhaupt für die Frauen, was war da anders als heute? Oder ja, was war da anders? Frauen, die sollten ja arbeiten, die sollten ja auch selbstständig sein und haben sich eben nicht so abhängig gemacht vom Mann, wisst du? Wenn du einen Mann hast, ach Gott, der ist der Bestimmer und so. Nö, eine Frau kann auch sagen und machen, was sie will. Und das war eigentlich ganz normale Einstellung bei allen. Also als Frau alleine, das schafft man, das muss man und da, ich meine, das war ja so üblich, dass Frauen sollten ja arbeiten gehen, die sollten ja alle arbeiten. Ja, so viel dazu. Ich hatte mit meiner Mutter noch nie über dieses Thema in der Form gesprochen und das gilt für ganz viele Aspekte, die ich da angesprochen habe. Und in dem Bereich habe ich dann einfach auch wirklich den journalistischen Part von mir genutzt und einfach meine Neugier, als ob ich eben einer Interviewpartnerin gegenüber sitze, diese Fragen gestellt, die ich, glaube ich, ohne Mikrofon ihr nicht gestellt hätte. Aber ich habe auch den Tochtervorteil genutzt, weil ich ja wusste, wo bestimmte Geschichten lauern, wo vielleicht auch Brüche lauern und ein bisschen schwierigere Geschichten, wo es dann aber spannend werden könnte. Und habe dann gezielt in die Richtung gefragt und habe auch das Vertrauen natürlich genutzt. Und immer in diesem Spannungsfeld habe ich mich bewegt und ich habe es eigentlich als großen Vorteil empfunden. Aber es ist natürlich auch eine Verantwortung, die man dann hat. Was wiederum dann da hinzukommt, dass ich ja am Ende dann auch mal auswählen konnte, was ich eben nehme und welche Geschichten ich nehme. Und ich wollte sie natürlich auch nicht kompromittieren oder so. Ich glaube, ich hatte noch einen einzigen Vorteil, nämlich, ich glaube, meine Mutter hat gar nicht geglaubt, dass da jemals was draus wird, weil der Zeitraum, wir haben so lange geredet, immer wieder, dass sie da wahrscheinlich gedacht hat, lass die mal machen. Das wird sowieso nichts. Genau, und eine von diesen Geschichten, die ich noch von früher wusste, ich hatte nämlich das Glück, wirklich muss ich sagen im Nachhinein, dass ich meine Mutter schon mal vor 20 Jahren interviewt habe für ein Schulprojekt, da war ich noch Abiturientin. Und da wusste ich, da hat sie mir schon eine dieser Geschichten erzählt, die für mich einen sehr guten Blick auf das normale Alltagsleben in der DDR abgegeben haben, in den 50er, 60er Jahren, man aber trotzdem, obwohl man gar nicht wollte, sich plötzlich mit dem Staat konfrontiert sah. Genau, einfach mal zuhören. Wir mussten auch immer in den Ferien auf die LPG Kartoffel sammeln. Im Herbst war das, die Oktoberferien eine Woche. Und da sollten wir von Montag bis Sonnabend Kartoffel sammeln und den nächsten Montag wieder in eine Schule gehen. Wir haben gesagt, wir möchten einen Tag Ferien haben, sollen sie uns Sonnabend geben und wenn das nicht geht, dann sollen sie uns Montag eben frei. Und da haben sie beim Schulrat und überall, nein, wir müssen... Und dann kam das Ergebnis am Sonnabend, so gegen zehn. Da wurde gerade Frühstück auf Fels geliefert, also jeder hat eine Klappstolle gekriegt. Und dann, dass wir Montag wieder in die Schule müssen. Und da haben wir gesagt, nee, dann gehen wir nach Hause. Und haben uns angestellt und haben irgendwelche klassenfeindlichen Lieder gesungen, die irgendein Lehrer gedichtet hat. Für uns war das ja nicht... Der Text war lustig. Also so in der Art, wenn wir nicht sind, ist die LPG pleite. Also wenn wir nicht die retten und wenn wir da nicht arbeiten, dann geht die LPG pleite. Uns war ja nicht bewusst, wie klassenfeindlich das überhaupt war. Und haben uns angestellt alle in Dreierreihen und haben unsere Sachen aus dem Internat geholt und sind nach Hause gefahren. Naja, und dann ging es los die nächsten Wochen. Jeder sollte Stellungnahmen abgeben. Und unser Direktor wurde auf eine Dorfschule versetzt, so klitzeklein. Und unser Mathelehrer, der wurde überhaupt als Lehrer abgelöst. Der war dann Schuhverkäufer später, weil er das Lied gedichtet hat und uns angeblich aufgehetzt haben sollte. Ja, hier hat sie also wirklich aus ihrer Erinnerung hart, auch weil das eine Geschichte ist, die ihr Leben schon sehr geprägt hat, frei von der Leber weg erzählt, aber meinen Nachhag journalistischen Part habe ich auch häufiger einsetzen müssen. Hier zum Beispiel bei der Geschichte, als ich gefragt habe, wie war denn das eigentlich, als Sie und mein Vater sich so kennengelernt haben? Da wollte sie nicht so erzählen. Das war ein Arbeitskollege. Und mit ihm war ich ja dann eine Weile zusammen. Und so, aber dann war der eben, hatte der keine Lust mehr zu arbeiten. Dann hat er einen Krankenschein gefälscht. Und dann kamen die vom Betrieb dazu und so. Und dann haben sie gesagt, also Kündigung, Auffiebung, Zertrag praktisch. Moment, Moment, jetzt mal langsam. Also den hast du kennengelernt und dann wart ihr irgendwie zusammen und der ist dann auch gleich bei dir eingezogen? Ja, also das hat nicht lange gedauert. Dann ist der da reingezogen. Weil er selber keine Wohnung hatte? Nein, der hat bei den Eltern gewohnt. Da waren in Nauen. Die waren ja dann noch oft auf Montage und so. Die Eltern? Nee, der, 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 er. Was hat er denn gemacht? Na, auf dem Bau gearbeitet. Ach so. Also es ist manchmal nicht leicht gewesen. Aber hey, vielleicht hatte ich ja auch einfach nur Glück, dass es alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Wenn ich mir nämlich diesen Interview Anfang vor 20 Jahren anhöre, wo meine Fragequalitäten auch, ja, gewöhnungsbedürftig sind, den, auch Weltpremiere, präsentiere ich euch noch. Wie alt warst du denn da? Na, sechs. Sechs. Aber das ist doch nicht deine erste Erinnerung. Ja, das fällt mir erst mal ein. Und sonst... Weg bist du nicht. Und deine, na, was ist denn die erste Erinnerung zum Beispiel an deine Schwester? Was ist denn so das erste, was dir da zu ihr einfällt? Aus der Erinnerung jetzt? Tja, ich weiß es nicht. Das allerherzige, ich weiß es nicht. Naja, einfach so, weil dir jetzt als erstes einfällt. Vielleicht ist das ja sogar die erste Erinnerung. Ich weiß es nicht. Okay, wir sind auf jeden Fall trotzdem sehr weit gekommen. Zehn Stunden Material habe ich am Ende gehabt. Und das war eine ganze Menge Holz. Ich habe dann versucht, die ganzen Sachen eben zu strukturieren und irgendwie, also eine Form reinzukriegen. Und das beste Mittel dafür ist immer, erst mal transkribieren. Das hat eine ganze Menge an Zeit natürlich schon gekostet. Hat mir aber auch geholfen. Ich habe das schon gemacht, während ich die Interviews geführt habe. Und habe dann auch gemerkt, okay, bestimmte Sachen fehlen mir noch. Da habe ich gar nicht genug nachgefragt. Da müsste ich noch mal ran. Das war sehr, sehr hilfreich für mich. Auch eben, um später eine Struktur reinzukriegen in den Podcast. Denn was ich noch gemacht habe, ist recherchieren. Ich habe viele Geschichten auch einfach noch mal gegengecheckt. Wie waren das wirklich? Was steht so in den Geschichtsbüchern? Passt es ungefähr in die Zeit? Wo sieht es einordnet? Was weiß ich. Sie hat auch mit der katholischen Kirche gearbeitet. Was hatten die eigentlich für eine Rolle in der DDR? So Dinge wie Enteignungen und so, die sie auf ihrem Dorf in den 50er Jahren haben auch da eine Rolle gespielt. Wie waren das? Sodass ich jetzt nicht unbedingt die Fakten alle direkt in den Podcast mit reingebracht habe, aber wusste, okay, wenn ich so und so darstelle, das hat auf jeden Fall Hand und Fuß und ist kein Quark. Ja, und dann fing es an. Ich habe angefangen, mir wirklich ganz klassisch, fast schon wie beim Film, ein Storyboard zu machen. Danke auch noch mal an Sven Preger für das sehr inspirierende Seminar zum Geschichten erzählen. Und habe versucht, eben die Chronologie aufzubrechen. Ich wollte nicht unbedingt Geburtsschule, Ausbildung, Liebe, Kinder und Job machen, sondern versuchen zumindest pro Folge irgendwie auch ein Thema abzudecken und da dann die verschiedenen biografischen Aspekte mit einzubauen. Das ist viel Handarbeit. Wir haben es ja gestern bei der Kerstin Ruskowski schon gehört über ihr Leben ohne Müll. Sie hat auch viele Post-its in ihrem Wohnzimmer verklebt. Ich habe auch viel Platz im Wohnzimmer gebraucht für die einnäßenden, ausgedruckten Texte, um das zu ordnen und zu strukturieren und Spannungsbögen aufzubauen. Ja, und dann habe ich einfach mal ein Dummy produziert. Danke an die Testhörerinnen an der Stelle, die mir noch viel gutes Feedback dazu gegeben haben und habe die vielen Folgen dann gebaut. Hatte auch noch Support in der Technik, nachher beim Schönmachen sozusagen. Und ja, und bin mit viel Aufregung dann in den Start des Podcasts gestartet. Habe meiner Mutter dann auch gesagt, hey, das wird jetzt wirklich was, bist du dir sehr sicher? Weil wenn es mal draußen ist, dann ist es draußen. Ja, ja, mach mal. Wir waren beide gespannt, wie die Reaktionen sein würden. Und sie waren ganz wunderbar bisher und meine Mutter war davon, glaube ich, am meisten überrascht. Also ich bin positiv überrascht, also dass die alle das gut finden, dass ich mein Leben ausbreite in der Ostzone. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das überhaupt Leute interessiert und so. Eben im Rückblick irgendwie, das finde ich selber spannend mal, weil man sich ja so macht, man sich keine Gedanken. Aber wenn man es so komprimiert hört, was alles so war, also da bin ich schon überrascht, ja. Also meine Mutter hat dann auch gedrängt, ich möge ihr doch bitte jetzt endlich die nächsten CDs mit den nächsten Folgen schicken, weil Internet hat sie nicht. Das war also ein Produktionsdruck auch von ihrer Seite dann plötzlich da. Und ja, mein Wunsch aus diesem Projekt ist, dass ich wieder gemerkt habe, es ist einfach ganz toll, wenn man Menschen Fragen stellt, denen man sonst bestimmte Fragen nicht stellt. Und wenn es dann auch in der eigenen Familie ist, umso besser. Das ist so ein bisschen mein Appell auch nach draußen, redet doch mal wieder miteinander. Da kommen ganz großartige Geschichten dabei raus. Erzählt diese Geschichten eben auch, ihr seid ja alle Podcaster und Podcasterinnen. Es braucht mehr Publikum, auch gerade mehr Geschichten über die, die wir sonst nicht hören. Eben in dem Fall über Mütter, über Menschen aus dem Osten. Aber auch, was wir gestern gehört haben von Vanessa und Min, über eben Menschen, deren Geschichten nicht so oft gehört werden. Weil ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist, um nicht nur so ein eindimensionales Geschichtsbild zu haben. Da kommt die Historikerin in mir durch und Podcast ist einfach das perfekte Mittel dafür und das perfekte Medium dafür. Insofern vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuhören von Mutter und Fragen. Und jetzt ist Zeit für Fragen. Fangen wir hier. Ich spiele nur das Mikro. Super. Ich dachte, du wolltest selber was. Nee. Hallo. Hallo. Erstmal vielen Dank für den Podcast. Ich habe dir mit großer Freude gehört. Ich bin auch selber Ossi, also vielleicht ein bisschen vorbelastet. Meine Frage war jetzt nur, aber du hast sie vielleicht implizit schon beantwortet. Hast du dann nochmal so eine Art Freigabe gemacht? Hat deine Mutter, dass sich das alles nochmal angehört, bevor das live ging? Oder hat sie dir dann vertraut, dass das passt? Da habe ich es quasi so gemacht, wie ich es als Journalistin auch machen würde. Ich habe mich in mich selber reingehört, kann ich das verantworten und dann habe ich es publiziert. Und sie hat es erst gehört, als schon viele andere Menschen es gehört haben, weil sie musste ja auf die CD warten. Danke. Hi, danke. Ich habe ihn noch nicht gehört, aber ich habe total Lust drauf. Meine Frage ist, du hast ja jetzt gesagt, hast du ganz kurz gemacht den Rechercheteil. Wie viel hast du denn dann noch Zeit in die Recherche gesteckt? Weil Martin mit Staatsbürger konnte, der macht glaube ich nicht so viel Recherche, oder? Du glaubst die Geschichten, die... Genau, das ist so meine Frage. Wie wichtig ist das in so einem Format? Also es ist jetzt nicht der überwiegende Teil gewesen, das gebe ich zu. Ich habe mich ja auch früher schon mal mit DDR-Geschichte beschäftigt und viele Dinge waren mir schon auch noch so grob präsent. Und ich habe dann einfach bestimmte konkrete Sachen nochmal nachgeschlagen. Also wirklich tatsächlich dieses Beispiel Bodenreform. Ich wusste, okay, das war so, aber wie waren das genau? Meine Mutter kommt von einem Dorf, da gab es ein Rittergut und es war dann später ein volkseigenes Gut. Was heißt denn das eigentlich? Und das habe ich dann versucht auch in den Podcast einzubauen, weil ja, das ist so Sachen, die man schon mal gehört hat, aber wo man nicht genau weiß. Oder eben Scheidungsrate, ja. Meine Mutter hat sich ja eben in den 70ern scheiden lassen und so und das war einfach, um das einzuordnen, wahnsinnig typisch. Das war einfach, jede zweite Frau hat sich da scheiden lassen. Und das passte eben dann auch. Und so Sachen habe ich einfach ganz gezielt nochmal nachgeschlagen. Das hörte sich jetzt so an, als hättest du während des Gesprächs das Mikro immer auf Sie gehalten und du hast selber nicht reingesprochen. War das vorher überlegt? War das Absicht? Nee, ich hatte eigentlich zwei Mikros. Das sind jetzt nur nicht die, ich habe mir jetzt ehrlich gesagt bei den Audiogrammen jetzt da, ich habe nicht beide Spuren genommen. Im Podcast ist es so, dass ich tatsächlich eine Spur auf mich und eine Spur auf Sie und das dann verquickt habe. Und genau, und jetzt hatte ich aber quasi nur diese einseitige Aufnahme, weil es jetzt eher um Sie ging. Deswegen war der Ton von mir nicht so dolle. Also Audioqualität, muss ich nochmal sagen, habe ich viel Herzblut reingesteckt und habe auch nochmal jemanden das mastern lassen, weil ich selber ein großer Fan davon bin. Und genau. Ein großartiges Projekt. Vielen Respekt dafür. Ich habe eigentlich die gleiche Frage wie der Kollege, ich würde die gerne noch ergänzen. So dieses technische Equipment ist ja immer auch so eine Hürde. Hast du dir da vorher Gedanken drüber gemacht? Man will die Hürde ja irgendwie abbauen, aber dann eben doch einen guten Klang. Du meinst eine Hürde jetzt fürs Sprechen miteinander? Ja klar, wenn man den Leuten ein Mikrofon ins Gesicht hält, verhalten die sich typischerweise anders, wenn sie keine Gehypenden sprechen haben. Genau, der Klassiker ist immer erst am Anfang, Gott, meine Stimme hört sich ja furchtbar an. Also, ja, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, aber meine Erfahrung ist, weil ich eben, ich habe zum Beispiel schon mal ein Dokumentarfilm gemacht auch, es ist, die Hürde ist nicht ganz so groß, als wenn noch eine Kamera dabei wäre. Deswegen war das für mich eigentlich klar, dass es ausscheidet. Also, es musste irgendwie nur Audio sein, nur Audio. Ich habe das aber auch als Vorteil für mich selber empfunden, weil ich, glaube ich, bestimmte Fragen auch gar nicht gestellt hätte, wenn da kein Mikro gewesen wäre. Das hat dem etwas offiziellen Rahmen verliehen. Und wir sind aber trotzdem ins Quatschen gekommen so mit der Zeit. Also, und das ist ja wieder auch dieses, dass ich sage, hey, ich bin total frei und wenn wir jetzt die ersten 20 Minuten irgendwie irgendwas labern, was irgendwie nicht zielführend ist, ist es ja wurscht. Hauptsache, wir kommen erst mal rein. Ist ja egal, ich kann ja später dann später einsteigen. Also, ich weiß nicht, meine Mutter fand es am Anfang, glaube ich, schon komisch, aber irgendwann hatte sie sich dann daran gewöhnt. Ich glaube, das war es mit Fragen bis hierher. Dann vielen herzlichen Dank für den Vortrag und es geht gleich weiter. Vielen Dank an euch. Vielen Dank an euch. Vielen Dank.